Dein Geld, Deine Verantwortung mit Sven Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, Deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und wir schauen uns heute gemeinschaftlich meine Aktienkäufe aus dem Monat Mai an. Und da habe ich euch wie immer auch die Übersicht hier mitgebracht, in welche Aktien und ETFs ich da genau investiert habe. Und wir fangen einmal ganz oben an und zwar der S&P 500 ETF mit 275 Euro, wir haben den FTC All World ETF mit 200 Euro, den Swiss Titans ETF mit 150 Euro. Genauso wie der China Large Cap ETF, der ist auch mit dabei, der hat 50 Euro bekommen bzw. sind da Sparpläne im Wert von 50 Euro ausgeführt worden. Darüber hinaus Zuit ist mit dabei, Costco, Church & Dwight auch mit jeweils 50 Euro, British American Tobacco mit 25 Euro, genauso wie Ecolab und Pernod Ricard. Dann gehen wir einmal eine Seite weiter, da sehen wir hier, was ist noch mit dabei. Wir haben eine LVMH mit 25 Euro, eine Johnson & Johnson und eine Nike, die auch 25 Euro jeden Monat bekommen. Allianz, Microsoft, Merck, Apple, Unilever, Fresenius und Walt Disney mit jeweils 12,50 Euro. Genauso wie Visa, Shell, Waste Management und Union Pacific. Bedeutet, ich habe hier diesen Monat wieder investiert im Mai in meinem Dividendendepot 1112,50 Euro, Venture Depot nach wie vor auf Eis gelegt, dementsprechend die Gesamtsumme 1112,50 Euro. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal wieder über den 1000 Euro und nach wie vor zuversichtlich, dass ich das jetzt dann auch so für das Gesamtjahr 2023 dann durchziehen kann, sodass ich die Zielsumme, was die Investitionen betrifft, dann dementsprechend auch erreichen kann. Ich habe euch auch wieder mitgebracht, meine rollierende Dividende in der 12-Monats-Entwicklung, das heißt Mai 2023, in den nächsten 12 Monaten bekomme ich Brutto 1941 Euro. Konkret, meine Annahme ist hier immer, und da sieht man ja, dass das schwankt ja auch alles immer so ein bisschen, mit den Aktien, die ich derzeit im Portfolio habe und der zuletzt gezahlten Dividende, das einfach auf die nächsten 12 Monate angenommen. Mit dem heutigen Wechselkurs, weil viele Unternehmen zahlen ja eben auch nicht in Euro aus, die ich bei mir im Portfolio habe, sind ja sehr, sehr viele amerikanische Unternehmen einfach auch mit dabei und anhand dessen bewerte ich praktisch, was da voraussichtlich, das verändert sich ja immer wieder, aber was da voraussichtlich in den nächsten 12 Monaten auf mich zukommt. Wir hatten jetzt eine leichte Wechselkursveränderung zum letzten Mal und natürlich die Sparpläne, die ausgeführt worden sind, dementsprechend hier jetzt die 1941 Euro, das höchste, was ich hier jemals drin stehen hatte. Wir waren mal im Februar 2023 mal bei 1924 Euro, es gibt aber ja auch immer Unternehmen, wie jetzt dieses Jahr bei mir zum Beispiel in der TAC Immobilien, die die Dividende komplett ja nicht zahlen, gestrichen haben für das Jahr 2023, beziehungsweise für das Geschäftsjahr 2022 mit der Auszahlung in 2023. Und das macht sich natürlich auch immer bemerkbar, was sich aber auch immer positiv bemerkbar macht, wenn zum Beispiel Unternehmen ankündigen, dass sie die Dividende erhöhen, das berücksichtige ich dann dementsprechend hier auch nochmal mit rein. Ja, Top-Auszahler bei mir, Unilever nach wie vor an der 1 mit 161 Euro, gefolgt von British American Tobacco mit 159 Euro, die Shell mit 146 Euro, Allianz mit dabei mit 132 Euro, der Johnson & Johnson mit 124 Euro, WP Carry, der MSCI World ETF, den ich ja früher bespart habe, der ist ja jetzt, wie wir gesehen haben vorhin, ausgetauscht worden, schon seit einigen Monaten durch den FTSE All World. Aber hier trotzdem noch einer, ja, der Top-Dividenden oder beziehungsweise Ausschütter, auch mit 80 Euro, Iron Mountain mit 80 Euro, Fresenius mit 77 Euro und 3M mit 75 Euro. Ganz interessant, ich hätte mal reingeguckt, der S&P 500 ETF, den bespare ich ja doch sehr fleißig aktuell und da ist es so, dass ich in den nächsten 12 Monaten schon voraussichtlich, ja, 55 Euro erhalten werde. Bei dem FTSE All World ist es dann doch nochmal ein bisschen weniger, die Position ist auch deutlich kleiner noch, die wächst ja auch sehr schnell, ja, natürlich nicht so schnell wie der S&P 500, weil ich da mehr Geld investiere aktuell. Aber wird wahrscheinlich nur noch eine Frage von wenigen Monaten sein, bis dann hier unten 3M sehr wahrscheinlich abgelöst wird. 3M ja auch nicht mehr mit in meinen Sparplänen mit drin, Iron Mountain ja auch nicht, der MSCI World auch nicht, da wird UP Carry auch nicht mehr in den Sparplänen mit drin, sondern die sind zwar Bestandteil meines Portfolios, aber aktuell eben ohne Sparplan und ja, da wird dann der S&P 500, denke ich, relativ zeitnah aufschließen. Microsoft ist auch gar nicht mehr so weit weg, mal sehen, wie es da dann weitergeht, ob es dann da irgendwann auch nochmal wieder Dividendenerhöhungen gibt, plus weitere Einzahlungen, die ja natürlich erfolgen und vielleicht schafft es Microsoft dann auch irgendwann hier mit auf die Liste. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal rüber zu Portfolio Performance. Hier sehen wir nochmal, wie mein Depot aktuell aussieht. Microsoft, die größte Position in meinem Depot, gefolgt von Apple, 8,5, 8,3 Prozent, dann der MSCI World mit knapp 6 Prozent. Dann haben wir hier mit knapp 5 Prozent die Unilever, gefolgt von Johnson & Johnson, dem S&P 500 ETF, Shell, Nike, Church & Ride, Visa, Panorica, Allianz, Merck, dem Dow Jones ETF, der ja auch schon ja noch aus der Anfangszeit bei mir im Portfolio ist, also der MSCI World und der Dow Jones ETF hier, gemeinsam mit einem DAX ETF, den ich irgendwann mal dann veräußert habe und natürlich dann auch nicht mehr bespart habe. Aber das waren so die drei ETFs, mit denen ich meine Investitionskarriere begonnen habe. Von daher, der hier dementsprechend auch noch im Portfolio, wurde ja schon öfter auch darauf angesprochen, ja was machst du jetzt mit den Positionen und willst sie nicht verkaufen? Naja, die beide sind gut im Plus, die beide sind ausschüttend und ich sehe nach wie vor jetzt nicht die Notwendigkeit, warum ich die jetzt verkaufen sollte und dann zum Beispiel in den S&P 500 ETF oder in den Vanguard FTSC All World ETF einfach umschichten sollte, weil ich lasse das dann da einfach liegen, die Ausschüttungen kommen und ja ansonsten müsste ich ja jetzt erstmal auch Steuern zahlen auf das ganze Thema, weil die beiden Positionen eben deutlich im Plus sind. Ähm, Activision Blizzard noch mit dabei, ähm, Disney, Fresenius, Junge Heinrich, Zuethes, wir haben die SAP, Costco, der China Large Grab ETF, British American Tobago, der Vanguard FTSC All World, Iron Mountain, LVMH, Nestle, der Swiss Titans ETF, WP Carry 3M, Waste Management, Omega Healthcare, Union Pacific, Ecolab, Tuck Immobilien, Roche, EA, Tencent und mein Verrechnungskonto. Also, was natürlich, der Monat ist zwar noch nicht ganz rum, aber es war ein durchaus, äh, ich nenne es mal wilder Monat bisher, ne, hier sehen wir einmal die Year-to-Date-Ansicht, ähm, wo steht mein Portfolio derzeit, wir sind hier bei 73.706 Euro und 51 Cent, ähm, der Mai mit plus 0,2 Prozent, der stand auch schon deutlich, äh, besser, ja, muss man einfach so sagen, also innerhalb, äh, diesen Monats, ähm, sehr, sehr viel Bewegung irgendwie auch drin, ne, das ist jetzt hier die Year-to-Date-Ansicht, ähm, da bin ich, ja, mehr oder weniger gleich auf, eine ganze Zeit besser gewesen hier, ähm, dann mal ein bisschen schlechter gewesen, aber ungefähr gleich auf mit dem MSCI World, ähm, was wir hier sehen können und in dem aktuellen Monat gibt es da die größte, äh, Differenz, da ist mein Portfolio echt nicht so gut mit dabei, ähm, dafür aber dementsprechend hier mit plus 2,6 Prozent der MSCI World, ich kann nochmal hier die Wertpapiere aufmachen, ähm, wer performt da besonders gut und wer nicht so gut, ähm, macht bei mir natürlich dadurch, dass die Positionen relativ groß sind, auch immer einiges aus, ne, wenn du dann eine Nike dabei hast hier, minus 11 Prozent, eine Disney minus, ja, knapp 10, Jungheinrich, gut, da gab es auch noch die Dividendenausschüttung, aber das sind ja nicht die 8 Prozent, ne, ähm, dann haben wir, äh, die Unilever mit minus 4 Prozent und was ist noch größer, Johnson & Johnson minus 1,8 Prozent, ähm, ja, das, das macht natürlich, wenn wir hier nochmal rübergehen in die Bestände, ne, ähm, ähm, Unilever nicht gut dabei, Johnson & Johnson auch negativ, die Nike negativ, also, das macht sich dann dementsprechend gut, Disney sind jetzt dann in Anführungszeichen nur 2,5 Prozent vom Portfolio, aber, ähm, sind echt große Werte bei mir, die eben nicht so gut gelaufen sind im aktuellen Monat und wenn man sich dann hier die Indizes mal anschaut oder die ETFs, die ich hier drinne habe, dann sieht man natürlich schon, dass die dann deutlich besser gewesen sind, bisher zumindest in dem Monat, ich kann das auch nochmal year to date einblenden, da sehen wir, ähm, das ist ein sehr, ja, durchaus gemischtes Bild ist, aber auch da eine Johnson & Johnson knapp minus 12 Prozent, minus 7 Prozent knapp bei einer Nike, ähm, und das macht sich dann natürlich schon bemerkbar, eine Unilever hier mit plus 3,87 immerhin positiv, aber auch da natürlich hinter der Performance der Indizes, beziehungsweise der ETFs etwas zurückliegend. Was mich wie immer interessiert, ähm, in welche Unternehmen habt ihr investiert, schreibt es mir super gerne, oder auch ETFs, ne, hm, schreibt es mir super gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin und bleibt gesund, euer Sven.